Immer mehr Analysten, immer mehr Experten, immer mehr warnende Stimmen sprechen davon, dass US-Tech-Aktien sich womöglich in einer Blase befinden und einige von ihnen sagen, diese Blase wird sehr bald platzen. Andere gehen sogar so weit und sagen, nächste Woche wird es schon so weit sein, dass diese Blase anfängt zu platzen und während also einige eindringlich warnen, zucke ich mir der Schulter und sage, also ich, ich kaufe weiter Aktien. Okay, jetzt stellt sich doch die Frage, wie kommt es zu dieser Diskrepanz und in dieser Ausgabe gehen wir der Aussage nach, dass US-Tech-Aktien möglicherweise in einer Blase sind und dass sie womöglich bald platzen könnte, warum durchaus einiges an dem, was gesagt wird, richtig ist und warum es aus meiner Sicht doch keine Blase ist, die platzen wird und vor allen Dingen, warum ich weiterhin Aktien kaufe. All diesen Fragen gehen wir in dieser Ausgabe nach und damit herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde mein Bestes geben, damit die Zeit, die ihr investiert, dann euch auch zurückgezahlt wird und ihr seid herzlich angeleitet, wenn euch die Ausgabe gefallen hat, abonniert unseren Kanal oder gerne mit einem Daumen nach oben das positiv bewerten. Vor allen Dingen, wenn ihr das anders seht als ich, immer in die Kommentare, ich freue mich mit euch zu diskutieren. Ich kann auch verstehen, dass einige sagen, hey Hamid, siehst du das nicht, wir haben mittlerweile schwindelerregende Bewertungen, was die Nasdaq-Aktien angeht. Und ja, ich habe zwischen 8.000 und 10.000 Aktien langfristig gekauft, ich habe das auch hier kommuniziert, ich habe kommuniziert, dass ich den Pullback von 12.000 Verzeihung an die 10.000 wieder gekauft habe und ich habe auch in den letzten Wochen immer wieder Aktien gekauft und ich kann auch verstehen, dass einige jetzt sagen, ja, wirst du vielleicht gierig oder wirst du vielleicht grüßenwahnsinnig. Und ich kann euch sagen, das ist nicht der Fall. Ich sehe absolut diese unglaublich hohen Bewertungen, denn eins muss man sich klar machen, innerhalb von sage und schreibe anderthalb Jahren, seit Dezember 2018 bis heute, hat sich die Bewertung der Nasdaq 100 Aktien verdoppelt. Wir hatten damals ein KGV unterhalb von 20 und haben jetzt in der Spitze ein KGV gehabt von 35. So, das sehe ich. Und es ist sogar so, dass Bloomberg darüber berichtet, dass es die höchste Bewertung seit einem Jahrzehnt ist, während einer Quartalssaison bei Tech-Aktien. Das heißt, die Tech-Aktien haben sich die hohe Bewertung nicht verdient. Und die bringen gerade Zahlen. Die müssen erst mit den Zahlen beweisen, dass diese sehr, sehr hohen KGVs gerechtfertigt sind. Deswegen gibt es auch Analysten, die sagen, also Investoren, die hier jetzt noch kaufen, die gehen von perfekten Zahlen aus. Einige sagen sogar, also wer jetzt noch kauft, spricht die Unternehmen heilig. Fand ich ganz nett. Habe ich mal gelesen. Und dass die durchaus recht haben, sieht man, wenn man sich die Zahlen von Microsoft anschaut auf der einen Seite und die Marktreaktion auf der anderen Seite. Denn Microsoft hat richtig gute Zahlen gebracht. Gewinn- und Umsatzwachstum. Ergebnis über den Erwartungen. Beim Umsatz sogar ein Wachstum von 12%. Und was passiert mit der Aktie? Sie wird in der Spitze um 7% abverkauft. Denn einige sagen, Azur, absoluter Wachstumstreiber, ist in Anführungszeichen ja nur noch um 47% gefallen. Und deswegen verlangsamt sich das Wachstum. Es wird nicht darauf geschaut, dass erstmalig in diesem Segment 50 Milliarden Umsatz generiert worden sind und dass immer noch sehr viel Wachstum da ist, sondern man sieht, hm, wächst weniger schnell. Man sieht, dass das Unternehmen eine Spanne vorgibt von 35.15 bis 36.05 und sagt, naja, die obere Spanne vom Unternehmen kommt gerade so an das heran, was die Analysten erwarten. Denn Aktie wird um 7% abverkauft. Eins muss ich noch dazu sagen. Ich habe schon mal ein Video zu Microsoft gemacht und habe damals gesagt, also PC-Segment macht ja ein Drittel des Umsatzes von Microsoft aus. Das wird nicht mehr wachsen. Der Markt ist gesättigt. PCs werden nicht mehr gekauft. Und bei mobilen Endgeräten hat Microsoft leider verloren. PC-Segment um 14% gestiegen. Absolute Pandemie-Gewinner, habe ich Unrecht gehabt. PC-Segment wächst wieder. Trotzdem, Aktie wird um 7% abverkauft. Jetzt muss man sich eins klar machen. Microsoft hat Zahlen gebracht. In der nächsten Woche werden von den Top 5 die anderen 4 Zahlen bringen. Also Facebook, Apple, Amazon und Google. Ich bin immer froh, wenn ich diese 5 Fang-Aktien ohne Probleme hinkriege. Und man muss sich eins da klar machen. Also innerhalb der letzten Monate haben wir etwas Historisches erreicht. Denn 1% der S&P 500 Aktien machen mittlerweile 22% der Marktkapitalisierung aus. Das heißt, wenn diese Zahlen in irgendeiner Art und Weise wackelig werden sollten, kann der Gesamtmarkt deutlich unter Druck geraten. Historisch. Auf der einen Seite kann man also sagen, naja, für die Rallye ist es gut. Denn in dem Augenblick, in dem die Marktführer gekauft werden, dann haben wir eine gesunde Rallye. Das argumentieren auch einige. Auf der anderen Seite sagen, also wenn wir eine echte Rallye haben, wenn wir eine echte Hosse haben, dann ist es so, da kommt die Flut und die Flut hebt alle Boote. Wir sehen aber nicht, dass alle Boote angehoben werden. Das werde ich euch zeigen. Sondern es wachsen nur wenige Aktien. Warum wachsen denn jetzt diese 5 Aktien so gut? Warum ist die Marktkapitalisierung so stark gewachsen? So muss ich die Frage stellen. Die Analysten gehen davon aus, dass im abgelaufenen Quartal diese 5 Aktien einen Gewinnrückgang von maximal nur 19% haben werden. Und sie gehen davon aus, dass im laufenden Quartal wieder Gewinne erzielt werden sollten von allen 5 Unternehmen. Beim restlichen S&P 500 geht man davon aus, dass es erst in 2 Quartalen der Fall sein wird. Das heißt, die haben hier einen Gewinnrückgang, was nur halb so stark ausfallen soll wie der Rest. Was auch dazu führt, dass der S&P 500 ohne diese 5 Aktien seit Anfang des Jahres minus 5,4% gemacht hat. Diese 5 Aktien aber seit Anfang des Jahres knapp 30% gemacht hat. Und deswegen ist es auch so, dass wenn man sich dann anschaut, was mit dem NASDAQ passiert, was mit den Tech-Aktien passiert, da gibt es Zeichen der Blase, denn es gab eine historische NASDAQ-S&P 500 Ratio, was Verhältnis angeht, im Jahr 2000. Und dieses Verhältnis, also NASDAQ besonders stark im Vergleich zum S&P 500, hat die 2000er Zahlen gerade wieder überschreiten können. Das heißt, historische Werte. Und mit den Microsoft-Zahlen, damit das Microsoft unter Druck gekommen ist, oder auch, auch wenn es nicht zu den Big Five gehört, auch Tesla war ja besonders gefragt mit einer sehr, sehr hohen Bewertung, bringt sehr gute Zahlen, wird auch abverkauft, in der Spitze sogar um 11%. Und deswegen ist die Frage, werden wir jetzt wieder einen Ausverkauf sehen? Und die warnenden Stimmen sind zum Beispiel Mark Cuban. Also wenn jemand sich mit dem Jahr 2000 auskennt, dann er, der hat in den 90er Jahren Unternehmen gegründet, hat sie zu astronomischen Bewertungen verkauft, ist Milliardär geworden an Google, und sagt also, das, was gerade passiert, erinnert mich an 2000. Oder Ned Davies, ein absolut gestandener Veteran, an der Wall Street sagt, sieht für mich aus wie eine Blase. Aber auch ganz konservative Marktanalysten von Wells Fargo, Chris Harvey sagt, die haben ein Lineal genommen, eine gerade Linie nach oben gezeichnet, das finden wir falsch. Die sollten von diesen Aktien sich wieder verabschieden. Diese warnenden Stimmen sehen nämlich folgendes. Wenn man sich den S&P 500 anschaut und die Entwicklung der letzten sechs Monate, dann hat Microsoft 20% gemacht, Apple 16%, Amazon sogar 60%, das ist hier grün. Nvidia 62%. Wenn wir dann aber uns angucken, was in der letzten Woche passiert ist, das, was hier rot war, das wird jetzt grün. Und das, was hier grün war, das wird jetzt rot. Das heißt, wir sehen hier eindeutig eine Sektor-Rotation und deswegen kann es durchaus sein, und das argumentieren ja auch einige, dass sie sagen, so, der Markt ist jetzt gesättigt, es kommen die Zahlen und wenn die Zahlen nicht so gut ausfallen, dann wird der Markt deutlich unter Druck geraten. Ich finde doch, dass wir gleiche mit 99.000, 2.000 hinke. Denn damals hatten wir absolut astronomische Bewertungen bei keinem oder sehr geringem Gewinn der Unternehmen. Wir hatten damals ein KGV von 73,2. Ich kann euch sagen, für dieses KGV habe ich eine ganze Weile googeln müssen, bis ich das gefunden habe. Im Moment haben wir einen von 35. Ich will jetzt nicht sagen, dass 35 günstig ist. Ich will euch nur sagen, das kann man nicht mit 2.000 vergleichen. 2.000 war die klassische Blase. Es gab betrügerische Unternehmen und betrügerische Unternehmer und zwar en masse. Das sehen wir im Moment nicht. Wir hatten damals Verkauf durch Institutionelle gesehen. Am Peak wurde mit hohem Volumen verkauft. Das sehen wir aktuell nicht. Und was typisch ist für eine Blase, wenn die IPOs zunehmen. Damals gab es unglaublich viele IPOs. Kramer hat das auch sehr gut auf CNBC dargestellt. Das, was wir im Moment sehen, sind wenige IPOs. Ein Beispiel, Ende 2017, Anfang 2018, Bitcoin-Blase. Da gab es extrem viele ICOs, weil alle unbedingt in den Markt gehen wollten. Und deswegen hat man versucht, das Geld in irgendeiner Art und Weise zu sammeln. Und deswegen sind auch ganz viele Unternehmen sehr schnell an den Markt gegangen. Diese Marktbedingungen, die damals herrschten, die sehe ich aktuell nicht. Deswegen sehe ich keinen Tech-Crash im Jahr 2020. Warum sehe ich sie nicht? Erstens, die Unternehmen machen sehr gute Gewinne. Und diese Pandemie-Aktien sind fundamental weiterhin gefragt. Es ist ja nicht wahrscheinlich, dass die Pandemie innerhalb der nächsten zwei Wochen, zwei Monate, drei Monate oder auch sechs Monate komplett zu Ende sein wird. Ja, es gibt eine Anhörung vor dem Kongress, aber das ist ein langwieriger Prozess. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass man schon weiß, was Facebook, Amazon und Apple sagen werden. Von Google weiß man es nicht. Und es wird eher so sein, wie das so häufig ist vor Anhörungen vor dem Kongress, dass es eher eine Show sein wird, wo Politiker versuchen werden, die Wahl für sich zu beeinflussen. Und das wird nicht dazu führen, dass jetzt sofort Entscheidungen getroffen werden. Und wenn ihr mich fragt, siehst du denn überhaupt keine Risiken? Na klar sehe ich Risiken. Es kann sein, dass es zu weiteren Belastungen zwischen USA und des China-Verhältnisses kommt. Das sehe ich aber als nicht wahrscheinlich. Besprechen wir gleich miteinander. Eine überschießende Inflation wäre natürlich negativ, denn dann will keiner eine Aktie haben, die eine Bewertung von KGV von 70 hat. Denn bis dann diese Bewertung erreicht ist, hat die Inflation das vollkommen kaputt gemacht. Dann werden eher so Value-Aktien, die auch wachsen, gefragt sein. Und auch ein möglicher Wahlsieg von Joe Biden, ja, er hat gesagt, er wird die Steuern anheben. Und doch ist es so, dass die Tech-Aktien eher besser mit den Demokraten arbeiten können. Gerade weil dann dieser weltweite Handelskrieg weniger wahrscheinlich sein wird. Und auch, was als Argument angeführt wird, also das Ende der Pandemie wird dann das Ende der Tech-Aktien sein. Auch das sehe ich nicht. Denn ich glaube, dass viele Gewohnheiten sich mittlerweile eingestellt haben werden bis zum Ende der Pandemie. Und diese Gewohnheiten werden auch danach Bestand haben. Nur ein Beispiel. Viele Unternehmen stellen fest, Mensch, wir brauchen es gar nicht, dass wir für mögliche Treffen unsere Mitarbeiter durch die halbe Welt schicken. Das können wir auch online. Mensch, wir sparen sogar Geld, wenn wir unsere Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen. Und deswegen glaube ich, dass auch das Ende der Pandemie immer noch dazu führen wird, dass bestimmte Gewohnheiten, sei es bei Amazon einkaufen oder sei es von zu Hause aus arbeiten, auch Bestand haben werden. Trotzdem ist es so, dass es jetzt auf der aktuellen Bewertungsbasis bei Amazon, aber auch bei einer Apple oder auch bei einer Microsoft nicht zusätzlich Aktien kaufen will. Denn wenn ich mir die Amazon-Aktie angucke als nur ein Beispiel, das was wir sehen ist, die Amazon-Aktie steigt innerhalb eines Jahres und zwei Monate um 145%. Dann gibt es drei Monate ein Pullback. Dann steigt die Aktie innerhalb eines Jahres und fünf Monate um 128%. Dann gibt es wieder ein Pullback von drei Monaten. Dann steigt die Aktie um 120% innerhalb eines Jahres. Und was dann passiert ist, die Aktie hat tatsächlich ein Jahr lang konsolidiert. Und dann bekommen wir den nächsten Ausbruch. Und wir sehen hier innerhalb von drei Monaten 100% Anstieg. Das heißt, der Anstieg ist extrem steil. Vielleicht will er auch noch in Richtung 3600. Vielleicht will er diese 145% in der Spitze machen. Aber wir sehen jetzt keine Übertreibung in der Bewegung. Wir sehen jetzt nicht, dass zum Beispiel Amazon 500% macht. Wir sehen nicht, dass es zu einer Beschleunigung kommt, was das Wachstum angeht. Wir sehen nur, dass es zu einer Beschleunigung kommt, dass es schneller diese 100% erreicht. Nämlich in drei Monaten und 30 Tagen. Und deswegen habe ich kein Interesse, ganz unabhängig davon, ob diese Fahnenstange noch bis 3.5 geht oder bis 3.6 geht, nochmal hinterher zu springen. Das, was ich sehen will, ist, dass hier zum Beispiel diese gleitende Durchschnittslinie, die 20-Monats-Linie, wieder in Richtung des Kurses kommt. Sei es, dass der Kurs weiter etwas der 20er-gleitenden Durchschnittslinie entgegenkommt. Oder einfach nur seitwärts läuft und dann diese gleitende Durchschnittslinie nach oben laufen wird. Denn wenn ihr sagt, die Aktie ist doch jetzt unglaublich teuer, die muss doch zurückkommen. Schaut euch das mal an, PE-Ratio von Amazon im Jahr 2017, als wir unterhalb der 1.000 waren, da war es bei 250, das sehen wir jetzt gerade nicht. Und was ist passiert? Amazon hat es geschafft, den Gewinn deutlich zu steigern. Was passiert mit dem KGV? KGV fällt. Die Aktie steigt sogar in dieser Phase noch weiter. So, vielleicht kriegen wir einfach nur eine Seitwärtsphase. Und dann wird diese etwas höhere Bewertung abgebaut werden über die Zeiten, dann kann es wieder zu einem nächsten Anstieg kommen. Und wenn ihr sagt, aber Aktien sind doch so teuer. Ja, stimmt. Was man sich aber auch klar machen muss, da finde ich, Herr Kolanovic hat absolut recht. Der absolute Star von JP Morgan, der hat ja den Boden seinerzeit beim S&P 500 vorher gesagt, also nicht so wie ich. Ich habe ja gesagt, ich kaufe zwischen 10.000 und 8.000, werde ich immer wieder kaufen. Der hat praktisch am absoluten Tief gesagt, so, das Tief ist da. Das muss man sagen. Er sagt, Aktien sind zwar teuer, aber extrem günstig in der Relation zu den Anleihenrenditen. Denn zum Beispiel in den USA hat man für die 30-jährige Anleihe Anfang des Jahres noch 2% bekommen. Jetzt kriegt man nur noch 0,7% und die werden wahrscheinlich weiter fallen. Und die Nullzinspolitik der Zentralbanken wird bleiben. Gleichzeitig ist es so, dass JP Morgan sagt, sie sehen historisch niedrige Investitionsquote für Aktien für die Endphase, Entschuldigung, hier muss stehen, von einer Rezession. Denn wir befinden uns ja aller Voraussicht nach am Ende der Rezession und sie sagen, noch nie haben am Ende der Rezession so wenige Menschen Aktien besessen. Und gleichzeitig sieht JP Morgan, dass wenn Investitionsquoten von 2018 wieder erreicht werden sollten, dass noch ein Anstieg von 50% möglich ist. Diese Aussage wurde im Juni getroffen. Diese Aussage ist im Juli getroffen worden. Die ist im Juni getroffen worden. Von dort aus sind die Aktien nochmal um 10% gestiegen und doch gibt es da noch weiter Anstiegspotenzial. Und was man sich klar machen muss ist, wir haben in der letzten Woche wirklich sehr gute Studienergebnisse gesehen, was die Impfungen angeht. Wir haben jetzt nicht den Durchbruch. Das sehe ich nicht. Und doch sind es sehr gute Ergebnisse. Die Masken setzen sich mittlerweile auch in den USA durch. Und ich persönlich glaube, dass Herr Trump drei Monate vor den Wahlen und er liegt ja in den Umfragen eindeutig hinten, auch bei den Konservativen. Zum Beispiel Fox News liegt er ja deutlich hinten. Ich glaube, er wird die Füße stillhalten, weil er starken Aktienmarkt braucht, weil er seinen WLAN sagt, er ist dafür verantwortlich, dass der Aktienmarkt zu hoch ist. Und er möchte jetzt nicht, dass er einen Crash erleben muss, kurz vor den Wahlen. Und deswegen kann es sein, dass es zu einem Pullback bei US-Aktien kommt, falls die Unternehmen jetzt nicht die exzellenten Zahlen bringen werden. Aber wenn Pullbacks kommen, dann werden diese Pullbacks gekauft werden. Und ja, wenn fünf Unternehmen 22% des S&P 500 ausmachen und die Zahlen jetzt nicht so exzellent sind, dann kann es zu einem Pullback kommen. Ich sehe es aber nicht, dass der gesamte Aktienmarkt dann unter Druck geraten wird. Ich glaube, dass sich im Markt aktuell durchaus immer noch Gelegenheiten bieten und, haltet euch fest, sogar durchaus im Tech-Bereich. Und wenn ihr sagt, mich würde es interessieren, wie ein Profi sehr langfristig ein Investmentdepot aufbaut und das mit Augenmaß macht und nicht sagt, so jetzt habe ich das ganze Geld und knallt es auf den Tisch und nicht nur in Aktien oder nur in ETFs oder nur in Rohstoffen investiert. Und auch zum Beispiel den Euro mit im Auge behält. Euro ist ja im Moment sehr stark, aber wenn der Euro wieder unter Druck gerät, dann ist die Frage, ob man auch vielleicht mit anderen Währungen arbeiten muss. Und vor allen Dingen sehr langfristig mit schrittweisen Investitionen. Dann seid ihr herzlich eingeladen, informiert euch sehr gerne über unser Performance-Depot. Ich plane in der kommenden Woche weitere Einstiege in Aktien, durchaus in Tech- und in Pandemie-Aktien, weil ich da wieder Wachstumschancen sehe. Seid ihr herzlich eingeladen, informiert euch darüber. Der Preis übrigens ist dauerhaft für diejenigen, die das jetzt kaufen. Ich sage das gerne nochmal, weil wir im Moment mit einem sehr hohen Cash-Bestand arbeiten und schrittweise in den Markt reingehen, weil wir gesagt haben, ja, wir haben die günstigen Kurse auch genutzt. Allerdings war es zu einer Zeit, da war völlig unklar, wie lange die Pandemie anhalten wird. Wir wussten nicht, ob wir noch tiefere Kurse sehen werden. Und deswegen ist es so, wir fahren auf Sicht und wir haben noch hohen Cash-Bestand. Und in dem Augenblick, in dem wir dann einen größeren Teil auch investiert haben, dann werden wir auch entsprechend die Preise anpassen. Das bedeutet, die 499 Euro sind dauerhaft, wenn sich das jetzt sichert, seid ihr herzlich eingeladen, dabei zu sein. Mein Name ist Hamid Esnachari und ich muss euch noch etwas ganz Persönliches sagen. Ich habe lange, lange, lange Jahre allen am Ende meiner Videos viel Gesundheit gewünscht. Und kurz vor der Pandemie habe ich damit aufgehört. Ich weiß heute noch nicht, warum. Und ich habe während der Pandemie auch nicht damit angefangen, weil es für mich komisch war. Jahrelang habe ich allen Gesundheit gewünscht, weil ich weiß, wie wichtig es ist, gesund zu sein. Und als die Pandemie kam, haben inflationär mir andere Menschen Gesundheit gewünscht. Und ich habe jetzt einige Monate darüber nachgedacht und ich habe beschlossen, wisst ihr was, Pandemie her, Pandemie her, ist mir egal. Wisst ihr was, das Beste, was wir haben, ist eigentlich die Liebe der Menschen, die um uns herum sind und natürlich die Gesundheit, damit wir es genießen können. Und deswegen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund.